Warum sollen sich Leute unseren Kanal anschauen? Weil sie eine sehr seltene, spezielle Art von Humor haben. Im Ernst, gib mal drei Benefits. Erstens, wir machen uns hier über Politik lustig. Du findest Nachrichten frustrierend und zum Verrecken langweilig? Mit unseren Videos bist du nicht mehr lost, wenn über Politik geredet wird. Du stehst voll auf Dopamin. Von der Braut hast du noch nie was erzählt. Wer unsere Videos schaut, verbessert aktiv seine Gesundheit. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Lachen ist gesund. Allerdings brauchst du einen speziellen Humor, um uns lustig zu finden. And nothing else matters. Zum Glück machen wir keine Musik. Versprochen. Drittens, du willst etwas bewirken auf der Welt und etwas Gutes tun. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir bekommen Likes, Kommentare und großartige Abonnenten. Ich stehe auf Selbstbestätigung. Aber meinst du wirklich, das gehört in die Auflistung mit rein? Lass uns immer ehrlich zu unserer großartigen Community sein. Wir sollten unbedingt erwähnen, dass wir weder neutral noch objektiv sind. Aber wir sind Teil der Welt. Wer uns etwas Gutes tut, tut also auch der Welt etwas Gutes. Logik kann so geil sein. Und was ist mit den Leuten, die uns scheiße finden? Wir könnten sie bemitleiden. Aber das würde noch mehr anlocken. Hater ignorieren. Okay, jetzt brauchen wir noch einen starken Call to Action für das Videoende. Ich weiß, das ist hart. Bewege deinen Finger. Ganz langsam. Ich weiß, du schaffst das. Teile das Ziel an. Du bist fast da. Mach dich bereit. Abo-Button in Feuerreichweite. Jetzt. Bäm. Du bist großartig.